Bei dieser Aufgabe geht es um eine Textaufgabe, die Summe zwei natürliche Zahlen, die sich um 8 unterscheiden, hat den Wert 52, welchen Wert hat das Produkt dieser Zahlen, also die Zahlen, die nenne ich jetzt x und y, x und y und unterscheiden sich um 8, also x plus 8 gleich y, ich könnte auch sagen y plus 8 gleich x oder y minus 8 gleich x, das kommt alles aufs gleiche raus, ich nehme einfach den Unterschied, stelle ich so dar und es geht jetzt um die Summe, also x plus y gleich 52 und damit habe ich zwei Gleichungen und zwei Unbekannte und kann die erste Gleichung auflösen nach y, das ist ja schon geschehen, hier auflösen und dann da einsetzen und dann habe ich nur noch eine Unbekannte, also x plus und hier habe ich x plus 8 ist 52, da ist ein Plus vor der Klammer, dann kann ich die Klammer weglassen, x plus x plus 8 ist 52, dann mache ich hier minus 8, dann und x plus x ist 2x, also 2x gleich 44, genau und jetzt dividiert durch 2, x gleich 22, wunderbar und x plus 8 ist y, also 22 plus 8 gleich y, damit habe ich gleich 30, das ist die Antwort, das ist noch nicht die Antwort, die Frage lautet ja, welchen Wert hat das Produkt, also x mal y gleich 22 mal 30 gleich 660, das ist die Antwort.